You're about to watch Honish Wave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG Podcast live, Sunday, 6 p.m. Standard European. Ein paar Äs weg, ein paar Pausen weg, dass der Fluss ein bisschen besser wird. Und eine Passage habe ich rausgenommen, weil ich fand, dass das so ein bisschen vom Kern des Themas wegführte. Da ging es um eine Geschichte von Kasper in seinem persönlichen Leben mit transsexuellen Umgeschnitten. Kann man die ganze Diskussion natürlich auf Gegenstimme sehen oder auf Getter. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ja, und damit langsam auch mal willkommen an meinen Kurs Kasper. Der im Chat wurde gerade schon angemerkt, ich habe es mal wieder vergessen. Immer ein Problem, wenn Gäste da sind. Hallo Kasper. Ja, hi. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ich würde direkt hier weitermachen mit dem Holger. Da habe ich nämlich ein kleines Rätsel für dich, Holger. Der verhaltensauffällige Person, die du selber kennst. Nicht persönlich, aber du kennst sie aus dem Internet. Und diese verhaltensauffällige Person ist übrigens auch Musiker. Wusstest du wahrscheinlich nicht. Und ich würde dir jetzt gerne kurz einen Text vortragen von dieser Person. Und du sollst da mal raten, wer das ist. Geht nicht um mich. Ich glaube nicht, dass dir das einfällt. Bitte? Geht nicht um mich. Nein, geht nicht um Schlund. Niemand kann mich verstehen. Wird ich nicht euer Leiden sehen wollen, könnte ich mich umbringen gehen. Darum seid ihr alle scheiße und verdient den Tod. Die Flüsse färben sich von eurem Blut ganz rot. Und wenn ihr alle tot seid, dann bin ich vielleicht froh. Denn dann stinkt euer Mittagessen nicht mehr oder so. Und dann stinkt nur eure Leiche und das wäre gut. Hat übrigens keinen politischen Kontext. Das ist nicht so, dass man sich jetzt damit verteidigen könnte. Ja gut, der singt da über Nazis oder so. Nein, nein. Einfach nur über Menschen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es jemand sein, den ich selbst verteidige oder irgendwas. Nein, 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 nein. Willst du mir quasi eine reinwürgen hier? Um Gottes willen. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist jemand, auf den du reagiert hast. Ah, okay. Auf den ich reagiert habe. Ja. Ein Musiker, ein Musiker. Also wahrscheinlich weißt du das nicht, dass der ein Musiker ist. Agngrill? Nee. Nee. Ich löse mal auf. Ach, sag's mal. Hat übrigens auch im Live-Chat, hat es noch keiner gesagt, es ist Orden-Bandit. Ach. Also der Musterknabe Orden-Bandit, der singt zu Sachen wie, und wenn ihr alle tot seid, dann bin ich vielleicht froh, denn dann stinkt euer Mittagessen nicht mehr oder so. Und dann stinkt nur eure Leiche und das wäre gut. Ja, das ist der Orden-Bandit. Der hat damals, falls du fürs nächste Mal Material brauchst, wenn du dir alte Videos anguckst, da redet der auch viel über sich selbst und das ist genau das, was man erwartet. Sozialphobie, nicht mit anderen klarkommen, Angststörungen, sowas in der Art. Und solche Leute sind dann bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gerne gesehen, um irgendwie über sogenannte rechte YouTuber sich auszulassen. Hast du das mitbekommen? Ja, das hab ich gelesen. Ja, ja. Ja, Orden-Bandit, der hat ja nun wieder ein Video gemacht. Jetzt antworte ich aber nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Wie, der hat schon wieder, der hat jetzt ein drittes Video gegen dich gemacht? Ja, 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 genau. Ein viertes ist es sogar, ein viertes schon. Wow. Er macht es ja immer wieder gleich, indem er eben nicht Original-Zitate von mir zeigt, sondern er gibt es in eigenen Worten wieder und er verfälscht andauernd Dinge, die ich gesagt habe damit. Und das ist mir jetzt zu blöd. Also das ist mir zu anstrengend. Vor allem im letzten Video waren wir schon am Punkt, wo das ein zentraler Punkt dann wurde, ne? Ein zentraler Diskussionspunkt, dass er eben nicht deine Videos zeigt und du hast mir dann nochmal erlaubt, deine Videos zu zeigen. Also irgendwann ist das alles, worum es geht. Ja, und jetzt im neuen Video sagt er dann, ja, ich mach mir extra die Mühe, die Skripte zu schreiben, deswegen hab ich auch keine Zeit, die Kommentare zu moderieren. Deswegen deaktivier ich die. Dann denk ich mir, ja, Junge, dann mach's dir doch einfacher. Dann reagier einfach direkt auf das, was ich gesagt habe. Schreib kein Skript und moderier stattdessen Kommentare und schalte sie frei. Da wär allen geholfen. Ja, weiß ich nicht. Wär ich auch für. Das reicht mir jetzt, das ist mir zu blöd. Gut, dann kommen wir zu Markus-Tessa Ganserer, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist. Lieber Holger, was ist für dich eine Frau? Das ist jetzt die große philosophische Frage, damit du gleich am Anfang hier kommst. Also, ähm, das muss man unterschiedlichen Aspekten betrachten. Rein biologisch ist es dann klar, was eine Frau ist und was keine Frau ist. Aber es gibt vielleicht, ähm, auch so eine Art Selbstdefinition oder, 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 keine Ahnung, oder wie man sich selber betrachtet. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich meinen, sie seien im falschen Körper und würden sich halt als anderes Geschlecht wohler fühlen als das eigene. Würde mich als Geboosterter wohler fühlen, weil ich dann zum Beispiel in die Restaurants und so rein könnte, ohne einen Test nachzuweisen, kann ich mich als geboostert identifizieren. Dann darauf bestehen, dass die Leute mich als geboostert anerkennen. Bist du denn geboostert? Nein. Bist du? Schon. Also nochmal, sorry, du schneidest raus oder meine Kopfhörer versagen. Haben wir gerade Holger verloren? Hallo, 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 hallo. Ja, jetzt ist, glaube ich, besser. Okay, alles klar. Genau, am besten das Letzte, was du gesagt hast, nochmal wiederholen. Du hast mich gefragt, wie ich eine Frau definiere, oder? Nee, nee, das haben wir alles mitbekommen. Die Frage wäre jetzt die, du sagst, naja, oder halt, wie man sich selber sieht und so. Gibt's ja Leute, die, also, wie heißt das, Gender Dysphoria, glaube ich, die fühlen sich im falschen Körper, das ist alles richtig, das gibt es. Jetzt wäre meine Frage, wenn ich mich als Geboosterter identifiziere, es aber nicht bin, sollte ich dann das Recht darauf haben, ins Restaurant reingelassen zu werden, ohne einen Test nachweisen zu können. Und mir aus gerne. Ich mach die Gesetze ja nicht. Das hab ich nicht zu bestimmen, ob das so ist oder nicht. Mittlerweile ist es ja so, also, es ist ja klar, du kannst ja auch als Geboosterte andere Leute einstecken. Du hast das Virus ja trotzdem in dir. Also, wir müssen jetzt nicht über die völlig hirnrissigen Bestimmungen sprechen. Nee, aber darum geht's ja auch nicht. Darum geht's ja. Es geht nur darum, dass sollte ich, wenn ich mich als dasjenige, was von mir verlangt wird, identifiziere, um zum Beispiel in ein Restaurant reinzukommen, sollte ich dann da reinkommen? Oder würde man sagen, na warten Sie mal, also, sich als geboostert identifizieren reicht uns hier nicht. Sie müssen schon geboostert sein, damit wir sie reinlassen. Ach so, meinst du das? Ja, gut, das ist ja nun, das ist ein etwas schräger Vergleich, ehrlich gesagt. Also, ist es das? Ist es das? Okay, 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 eine Zwischenfrage, Holger. Um vom Nicht-Geboosterten zum Geboosterten zu werden, mache ich einen Termin, bin morgen im Impfzentrum, stelle mich dann eine Viertelstunde an, kriege eine Nadel in den Arm, das dauert all inclusive zwei Stunden, Hinweg und Rückweg inklusiv und dann bin ich geboostert von vorne bis hinten. Denn, egal nach welcher Definition, bin ich dann geboostert. Eine Frau zu werden, bedarf um einiges mehr, als einen Termin bei einem Impfzentrum zu machen und sich da eine Viertelstunde in eine Schlange zu stellen. Pass auf, also, das sind ja verschiedene Ebenen, ich weiß ja, worauf ihr hinaus wollt, das ist ja gleich wahrscheinlich die Storchrede aus dem Bundestag, ne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass mal auf, nenne mich nicht mehr, Markus, nenne mich bitte Tessa. Klar, ich trage jetzt künftig Frauenkleider, ich trage eine Perücke, ich fühle mich so wohler, das ist mein Lebensentwurf, bitte akzeptiere das, habe ich das zu akzeptieren. Dann habe ich denjenigen oder diejenige in dem Moment Tessa zu nennen und dann ist es einfach respektlos, einfach aus Prinzip weiter Markus zu sagen. So, das ist eine Ebene, wo ich sagen würde, so viel Respekt muss schon sein, aber ich gebe natürlich vollkommen recht, ich greife das wahrscheinlich jetzt schon vor, wenn es darum geht zum Beispiel, dass man Männer, biologische Männer, auch wenn sie sich als Frauen definieren, zu einem Sportwettbewerb bei Frauen zulässt und sie natürlich den Sportwettbewerb gewinnen, weil Männer ganz andere Leistungen erbringen können als Frauen im Sport, das geht natürlich nicht und da kann man viele weitere Beispiele jetzt noch bringen, Frauenhäuser oder was weiß ich, da sind wir uns ja völlig einig, aber ich finde, es gehört zum Respekt dazu zu sagen, wenn jemand mir sagt, bitte nenn mich künftig so, ihr nennt euch beide ja auch Schlomo und Kasper, obwohl ihr anders heißt, das akzeptiere ich ja auch. Also insofern, was soll das? Ich finde es ein bisschen hirnrissig teilweise, die Diskussion. Ja gut, die Geschichten, wie sowieso heißen, das ist ja jetzt endlich nur ein Alias, also sich denen zuzulegen, du nennst ja auch Prinz, Prinz und nicht nach seinem bürgerlichen Namen, wie auch immer dieser bürgerliche Name lautet. Dann siehst du bei Tessa doch genauso, das ist doch in Ordnung, dann heißt sie ja Tessa. Okay, dann füttert man ja, um mal wieder zu der Definition, also diesen beiden Definitionen, die du am Anfang gebracht hast zu kommen, mit dem, also es gibt auch eine sich selbst definieren Ebene davon, welche Bedeutung hat das dann darüber hinaus, dass man halt eine Fantasie füttert, wie es auch der Fall wäre, wenn jemand sagt, ich bin ein Fisch und will blub 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 genannt werden, denn, keine Ahnung, ich schwimme vielleicht gerne in meiner Freizeit. Ja, die Frage ist jetzt ja, ob ihr jetzt Tessa Ganserer unterstellt, dass sie nur deshalb sich als Frau definiert, weil sie unbedingt auf einen sicheren Listenplatz wollte, oder ob sie tatsächlich diese Gefühle hat und sich definieren möchte, weil sie sich dann wohler fühlt. Das ist ja die Frage. Also das weiß ich nicht und das spielt für mich tatsächlich keine Rolle. Es ist ein Beispiel für eine der logischen Konsequenzen, die das nach sich zieht, dass sie dann natürlich auf dem Listenplatz der Frauen bei den Grünen sitzt. Ich halte von Listenplätzen diese Art sowieso nichts, von da ist mir das dreifach egal. Die Frage ist letztendlich, wenn du jetzt mit Respekt argumentierst, wenn ich dir sage, lieber Holger, ich fand schon immer adelige Namen toll und irgendwie der Adler hat mich schon immer fasziniert, ich identifiziere mich jetzt als Adliger und möchte von dir nur noch mit seiner Durchlaucht angesprochen werden. Bitte, lieber Holger, ob du dann denkst, also bei Kasper muss ich mir dreimal überlegen, ob ich den zum Grillen einlade, weil das ist halt irgendwie einfach komisch und grotesk, was da von mir verlangt wird. Und ob du sagst, ja, ja Kasper, alles klar, mache ich, aber die Einladung zum Grillen, die fällt dann zukünftig aus, verständlicherweise. Naja, es ist ja die Frage, ob du das wirklich ernst meinst oder ob du mich verarschen willst in dem Moment. Das kann man ja nicht vergleichen. Du findest es nicht merkwürdig, dass jemand bis vor drei Jahren noch ein Mann war, der zwei Kinder mit seinem offensichtlich funktionierenden Penis mit seiner Ehefrau im Verbund gezeugt hat und sich dann heute vor drei oder vier Jahren dazu entschieden hat, alles, wirklich alles, was ich dafür tue, ist ein Rock anzuziehen und mir ein bisschen Lippe auf die, ein bisschen Schminke auf die Lippen zu machen und eine Perücke aufzusetzen. Das ist alles, was ich dafür tue, aber ich bin jetzt eine Frau. Das ist für dich nicht irgendwie... Wo ist denn für dich die Merkwürdigkeit? Was glaubst du denn, was dahinter steckt? Was die Absicht von Tessa Ganserer ist, es zu machen? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Wir haben jetzt natürlich als Gesellschaft schon gewisse Anreize gesetzt, hier halt ganz direkt mit diesem Quotenplatz. Das war übrigens auch nicht die einzige Frau in Anführungszeichen bei den Grünen, der plötzlich eingefallen ist, dass sie eine Frau ist. In Reutlingen hat sich jemand bei den Grünen am Tag einer parteiinternen Wahl dann plötzlich als Frau definiert und so einen Quotenplatz bekommen. Und ich meine, wir schaffen ja nicht nur diese Anreize, wo man direkt im Beruf schneller vorankommt, sondern wir schaffen auch den Anreiz, einfach ein Opfer zu sein und nicht... Naja, ich meine, wir unterteilen ja unsere Gesellschaft an diesem Punkt in Schuldige, in Täter und Opfer. Und um da rauszukommen als alter weißer Mann, gibt es eigentlich keinen besseren Weg. Also diese Geschichte von den Grünen da im Saarland war das, glaube ich, ne? In Reutlingen. Wo ist das? Welchen Bundesland ist denn das? Ist das in Saarland? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da gebe ich dir ja vollkommen recht. Und der hat ja wirklich spontan beschlossen, okay, ich möchte auf den Listenplatz, ich definiere jetzt hiermit, ich bin eine Frau. Und dann hat er mit Anspruch auf diesen Platz gehabt. Das ist natürlich absurd. Und das müssen die Grünen einfach mit sich klären, ob sie das so akzeptieren. Die Delegierten haben es ja gewählt offensichtlich und das so akzeptiert. Deswegen wähle ich ja auch die Grünen nicht und wird niemals dieser Partei irgendwie beitreten oder habe auch keine Sympathien für diese Partei, weil ich genau das so absurd finde. Das kommt vom eigentlichen Thema halt komplett weg. Solange mir niemand was Böses tut, sondern einfach nur darum bittet, bitte akzeptiere mich so, wie ich bin. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und da verstehe ich halt die Aufregung. Du kannst aber Gift darauf nehmen, solche Quoten, die gibt es ja schon teilweise in Vorständen zum Beispiel und auch in der Politik werden die irgendwann in Gesetzesform gegossen. So läuft es ja immer mit diesen Dingen. Ja, gut, bin ich auch nicht dafür. Für solche Quotenregelungen bin ich dann auch nicht. Das ist für mich auch Feierabend. Frauenknast hatten wir schon, bist du auch nicht für. Frauensport hatten wir auch schon, bist du auch nicht für. Frauenhaus hatten wir auch schon, bist du auch nicht für. Natürlich nicht, nein, nein, klar. Aber das ist die logische Konsequenz. Ich meine, was willst du denn jetzt machen mit Tessa-Markus-Ganserer? Das neue Gesetz sieht vor, dass du per Sprechakt dich zu einem Mann oder einer Frau machen kannst. Obwohl jede Zelle deines Körpers, abgesehen, glaube ich, von denen in deinem Hodensack, ja, im Falle Markus-Ganserer, die sagen aus, das ist ein Mann. Wenn der in 100 Jahren ausgegraben wird. Das muss man dazu sagen, bei Ganserer, der hat ja nicht mal versucht, das gesetzlich zu ändern. Er hat dazu gesagt, dass er das als entwürdigend empfinden würde. Also es ist nur die Aussage, das ist schon die Basis, auf der das bei Ganserer steht. Ja, ich bin auch gegen ein solches Gesetz, um das hier klar zu sagen. Da hört es für mich auch auf. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, ich bin übrigens jetzt eine Frau. Also vielleicht sogar ohne sich zu verkleiden, sondern einfach sogar als Mann auszusehen und zu sagen, ich bin jetzt eine Frau. Das geht natürlich nicht. Die logische Konsequenz wird irgendwann, weil auch innerhalb der Grünen ist das ja umstritten. Das hat ja auch Beatrix von Storch in ihrer Rede gesagt. Es gibt ja bereits Klagen dagegen, gegen diese Vorhaben. Und zwar von Linken und von Grünen wohlgemerkt. Weil die nämlich genau an ihre Grenzen jetzt geraten, ihre Ideologie. Weil sie merken, ach du Scheiße, das ist ja frauenfeindlich, was wir da machen. Das in der letzten Konsequenz. Also ich glaube, langfristig wird es dazu führen, dass die Grünen die Plätze abschaffen. Die Männer- und Frauenplätze. Das wird die Konsequenz sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gehen unter mit wehenden Fahnen, bevor die das Ding rückabwickeln. Da bin ich überzeugt von. Wir sehen, weil sie merken jetzt selber, dass sie mit ihrer Ideologie auf der Ebene im Grunde genommen dem Ganzen einen Bäredienst erweisen. Das wird jetzt ja schon deutlich langsam. Und ich glaube auch nicht, dass das Gesetz so in Kraft treten wird, wie es jetzt spekuliert wird. Das kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen. Ich meine, die Reaktion alleine auf diese Rede von Storch war jetzt ja schon apokalyptisch. Und zwar nicht nur in den Medien, wo man es eher erwartet, halt Öffentlich-Rechtliche und so weiter, sondern auch von der Welt, auch von FDP und CDU haben sich da allzu geäußert, haben all das zum Skandal gemacht. Also die Akzeptanz auf der anderen Seite dafür geht ja noch über die üblichen Verdächtigen auf der linken Seite hinaus. Das ist ja schon tief in die Gesellschaft gesickert. Ja, gut, aber du weißt ja, wie das immer so ist. Die meisten haben es vielleicht gar nicht richtig mitbekommen, worum es ging. Da hieß es nur, ach, die Storch hat wieder irgendeine Rede gehalten. Und das ist ja jetzt genauso, ich habe ja heute gerade ein betreutes Gucken veröffentlicht über diese ZDF-Magazin, da Böhmermann über dieses Ich-bin-Sophie-Scholl, dieses Instagram-Ding, das wunderbar war. Und Böhmermann hat das total verrissen. Und jetzt klatschen sie alle Applaus und haben das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das ist ja so dieses Phänomen in den Medien. Die Leute lesen nur Überschriften und beschassen sich gar nicht genau damit. Ja, mein Gott. Also ich würde das so nicht gelten lassen. Wenn ich mir hier quasi ein Pressespielgang gucke, ich habe einfach mal Beatrix von Storch heute gegoogelt und dann ein Screenshot gemacht bei News, ohne irgendwie vorzusortieren oder ähnliches. Welt, Weltholga von Storch provoziert Bundestag. Tessa Ganserer als Frau verkleidet. Was macht Markus aka Tessa Ganserer anders, als sich tatsächlich einfach nur als Frau zu verkleiden? Also, wenn Beatrix von Storch so viel Respekt gezeigt hätte, dass sie wenigstens von Tessa Ganserer gesprochen hätte, unsere Kollegin hier im Parlament, Tessa Ganserer, ich akzeptiere, dass sie das privat machen und was sie alles so gesagt hat, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so ein Ding gewesen. Aber dieses konsequente immer Markus, 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 was soll das denn? Was soll denn der Quatsch? Das ist der Name, der in dem Personalausweis von Markus Ganserer steht. Es ist scheißegal, sie möchte aber Tessa genannt werden. Mein Gott, nochmal. Okay, und ich möchte seine Durchlauch genannt werden, Holger. Du kommst mir zu komischen Analogien immer um die Ecke, das passt nicht, wirklich, sorry. Okay. Ich denke, einer der Hauptgründe, aus denen das so entgeleistet ist, ist, dass viele, die eigentlich zumindest die wahnsinnigen Sachen, zu denen das dann führt, ablehnen, halt genau die Einstellung haben, die du gerade hast. Du willst halt einen klaren Cut machen bei, ja, wir tun alle so, als wären das Frauen, außer wenn es dann bedeutsam wird. Im Sport nicht, im Knast nicht. Wir machen keine Gesetze, also generell bist du gegen die Quotengesetze und wenn es die gibt, dann dürfen da, dann darf das auch nicht für die gelten. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, so einen klaren Cut zu machen. Ich glaube, wenn man die Tür geöffnet hat mit, wir akzeptieren das und wir tun so, als wären sie Frauen, dann wird das passieren. Gut, das muss man immer im Einzelnen betrachten, in jedem Fall. Also beim Sport ist es ja so, da geht es ja um die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Da kann man ja gar nicht anders agieren als so. Beim Frauenhaus ist es natürlich so, dass Frauen, die dort sind, sind traumatisiert durch den Kontakt mit Männern und werden natürlich entsprechend auch dann psychisch belastet, wenn da plötzlich, auch wenn der Mann als Frau verkleidet ist, da um die Ecke kommt in dem Frauenhaus. Und das muss man ja alles durch die Klinik nehmen. Man muss ja immer konkret gucken, in dem Fall ist das in dem Fall nünftig und ist das zu verantworten. So, und hier geht es mir aber erst mal nur einfach um die ganz allgemeine Sache, dass man einfach akzeptiert, wenn jemand sagt, bitte nenn mich so, bitte akzeptiere mich so. Denn zu sagen, okay, ja, du möchtest so genannt werden, also nenne ich dich so. Das ist ja erst mal für mich die Grundlage erst mal. Ja, das war ja die Vorstufe von dem, was wir jetzt haben. Das war ja der Status Quo vielleicht vor fünf Jahren oder so. Und jetzt sind wir hier und ich denke, das ist kein Zufall. Ich denke halt, du kannst diese Büchse der Pandora nicht halb öffnen. Sie ist dann offen. Wenn die Gesellschaft einmal ganz klar sagt, ja, zwei plus zwei ist fünf, ja, XY ist XX. Sobald diese Unwahrheit akzeptiert ist und generell es verpönt ist, die Wahrheit auszusprechen, dann landen wir da, wo wir jetzt gelandet sind und immer noch landen. Gut, also ich finde das eine lächerliche Diskussion, aber okay. Wir sind uns einig, dass wenn Tessa Ganserer heute in 100 Jahren ausgebuddelt wird und Forscher gucken, was das für ein Mensch war, dass das Ergebnis zutage gefördert wird, war ein Mann. Vermutlich, ja, genau. Okay, du sagst, dass aus Respektgründen sollte man dann einfach sie mit dem Namen ansprechen, den sie sich da ausgesucht hat. Oder Toleranz oder sowas. Was denn mit der Toleranz mir gegenüber die Personen wie ich, die einfach gerne bei der Wahrheit bleiben würden? Ich nenne dich ja auch aus Respekt, Kasper, obwohl du nicht so heißt. Ja, aber gewissermaßen ist das, das ist der Name meiner Person am Internet. Also. Holger, ich weiß nicht mal, ob du Holger Kreimeier heißt. Auf deinem Ausweis könnte möglicherweise was ganz anderes draufstehen. Ja, du bist halt die Persona, Holger. Ja gut. Ich bin der einzig Echte hier. Aber der Name ist ja an was geknüpft. Pass auf. Es bricht dir doch keinen Zacken aus der Krone, das einfach so zu respektieren, wenn jemand das möchte. Es springt zu einem gewissen Ekel bei dir offensichtlich mit. Ja, nein, gar nicht. Ekel gar nicht, nein. Du kannst das irgendwie nicht akzeptieren. Richtig, ich kann das nicht akzeptieren. Holger, ich kann nicht akzeptieren, dass mir dort ein Würfel für einen Kreis, für eine Kugel vorgemacht wird. Und das, Denise, Holger, wenn wir das konsequent weiterdenken, die regen sich seit Jahren auf über eine neue Vokabel namens Dead Naming. Deswegen, ja, wenn wir auf dem Kurs weiterfahren, auf dem wir gerade sind, dann ist Dead Naming heute in einem Jahr oder zwei oder drei eine Straftat. Ist es ja jetzt schon quasi, ne? Also der eine Typ wurde ja vom Gericht dazu verurteilt, dass wenn er irgendwie seinen Nachbarn nochmal mit dem alten Vornamen anspricht, er, das war im Hunderttausendenbereich, eine Strafe zahlen muss. Das sind jetzt eure Spekulationen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise mehrheitsfähig wäre und tatsächlich so kommen würde. Es geht hier einfach um Grundlagen des gesellschaftlichen Miteinanders. Das ist alles, worum es mir geht. Ja, um mir geht es um die Wahrheit, Holger. Ach, die Wahrheit. Was heißt denn die Wahrheit? Was ist denn bitte die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Tessa Ganserer, aka Markus Ganserer, jede Zelle in seinem Körper, abgesehen von denen in seinem Hodensack, sind XY-Zellen. Du weißt aber nicht, was im Kopf vorgeht und wie er sich selber oder wie sie sich selber definiert. Okay, Holger, ich definiere mich als Minderjähriger. Ach komm, das ist doch... Holger, nein, bitte, sag's mir. Ich identifiziere mich als Minderjähriger. Ich bin in Wirklichkeit, keine Ahnung, 42. Ich identifiziere mich jetzt, weil du kannst ja nicht wissen, was in meinem Kopf abgeht. Ich identifiziere mich als 17-Jähriger. Sollte ich jetzt verbilligt ins Kino kommen? Pfff, gut, also... Meine Ausrespekt und so. Ah, gut. Das sind jetzt komische Beispiele, weil die passen einfach nicht, finde ich. Du hast immer so komische Analogie, mit denen du dann kommst. Es geht hier einfach... Also, ich gehe davon aus, dass diese Tessa Ganserer tatsächlich für sich definiert hat, ich möchte jetzt als Frau mich definieren, weil dann fühle ich mich einfach wohler. Und deswegen trage ich jetzt Frauenklamotten, jetzt mit einer Perücke auf und nenne mich Tessa. Ja, so, und damit tut sie niemandem weh, damit tut sie auch dir nicht weh. Und das stört... Ja, streng genommen tut sie damit einer Frau weh, deren Platz sie da im Bundestag jetzt besetzt. Ja, aber das ist doch Sache der Grünen. Das ist doch nicht unsere Sache. Wenn die Grünen meinen, das so regeln zu können... In den Vorständen ist das schon die Sache der Allgemeinen. Dann ist das deren Ideologie. Deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, deswegen mag ich die Grünen auch nicht. Ich halte das auch für krass. Du sagst dann immer, du denkst, das ist nicht mehr als fähig und das wird nicht kommen. In den Vorständen ist es gekommen. In den Vorständen haben wir jetzt diese Quoten. gesetzlich geregelt. Frauenquote meinst du jetzt? Ja, exakt. War doch nicht, dass ein Mann, der sich als Frau verteidet, automatisch das Recht hat, als Frau durchgelassen zu werden. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, das heißt auch das. Sag mal, sag mal ganz kurz. Ja, Ganserer wird geführt beim Bundestag. Im Bundestag. Offiziell als Tessa Ganserer. Ein Name, den möglicherweise kein Bundesbürger trägt. Unter diesen Namen wird sie geführt im Bundestag. Unter dem falschen. Dieser Name existiert nicht, Holger. Schön, dass du jetzt sie sagst. Langsam kommen wir der Sache näher. Ich sage die ganze Zeit sie. Oder zumindest die meiste Zeit sage ich sie. Weil es natürlich im Bundestag, das kann man kritisieren oder nicht, mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, sich als divers zu definieren. Aber dann müsste man wenigstens den Akt, des ich gehe mal zum Amt und lasse mich entsprechend eintragen, vollziehen. Was ihr schon zu viel des Guten war. Ich verbessere mich ihm. Und trotzdem wird er geführt im Bundestag unter Tessa Ganserer, einem Fantasienamen. Ja, es ist doch egal, unter welchem Namen sie geführt wird. Ist doch wurscht. Okay, alles klar. Wer gemeint ist in dem Moment? Joschka Fischer wurde auch mal Joschka Fischer genannt, obwohl er Josef Fischer hieß. Nee, nee, nicht wie er genannt wird. Der offizielle Name. Wenn du jetzt, du weißt ja nicht, Bundestag, die Ehe gehst oder sowas, dann wirst du dort jemanden namens Tessa Ganserer begegnen. Was ist denn, wenn die Frau von Storch sich jetzt umbenennen möchte in Gott-Imperator? Hat der Bundestag dann sie auch so zu führen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Alles klar. Wir sind auch jetzt schon sehr lange bei diesem Thema. Schlomo, wollen wir weitermachen? Ja, gerne. Also vielleicht mal ein abschließendes Ding. Für mich, wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass ein Dammbruchargument kein logischer Fehlschluss ist, sondern in der Regel was passiert mit diesen Leuten. Und wir sind gerade mitten in diesem Prozess, dass das Ganze in Gesetzestext gegossen wird. Bald haben wir dann, dass wir nur noch eine mündliche Erklärung brauchen und nichts weiteres. Und dann bist du eine Frau und dann kannst du gewisse Vergünstigungen bekommen. Es kommt, es kommt. Und ich denke, der erste Schritt dazu ist halt, dass die Gesellschaft sagt, 2 plus 2 ist 5. Dann wird das folgen. Weil es ist keine konsistente Position zu sagen, ja, wir sollten aus Respekt alle so tun, als wäre 2 plus 2 5. Aber wenn wir dann wirklich Mathematik anwenden, dann müssen wir nicht mehr davon ausgehen. Das ist nicht aufrecht zu erhalten über einen längeren Zeitraum. Und das sehen wir gerade. Ich behaupte, dass es nicht kommt. Und wir werden ja sehen, wer recht hat. Weil ich glaube nicht, dass das so durchsetzbar ist. Die Grünen möchten es vielleicht in Teilen ganz gerne so, aber das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube nicht, dass das gesetzt wird. Ja, wir werden sehen. Gut. Vielleicht letzte Wortmeldung meinerseits an. Ich glaube, das habe ich kürzlich gelesen, 17 Universitäten in Deutschland ist es mittlerweile so, dass du Punktabzug bekommst, wenn du nicht genderst. Also so viel zu, das wird nicht zu kommen und dafür gibt es keine Mehrheiten und so weiter. 80 Prozent der Bevölkerung lehnen das Gendern ab. Und davon übrigens die Mehrheit, auf jeden Fall lehne ich das ab. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin ja auch gegen das Gendern. Also wenn wir jetzt von der deutschen Sprache sprechen, da bin ich ja auch dagegen. Das ist ja allgemein bekannt. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass am Ende wir immer bei Zwang landen mit diesen Leuten. Ja, sicherlich, klar. Und es ist vor allem ja auch eine Verunglimpfung und Zerstörung der Sprache. Ist ja auch wiederum ein Zeichen dafür, wie wir das ja nun schon länger feststellen, dass die Deutschen einfach alles hassen. Ihre Sprache, ihre Fahne, ihre Hymne. Das geht ja so weiter. Da bin ich ja voll auf eurer Seite, dass das natürlich eine Entwicklung ist, die man nicht gut finden kann. Klar.